Dann geht ihr an Kannibalenjagen und töte ihn. Es ist wie auch immer. Es ist. Es ist Freitagabend und wir spielen The Forest. Weil wir keine Habi-schaben. Der Vogel ist cool, den behalte ich. Der fliegt ins Feuer und überlebt. Den behalte ich. Der hat es da. Das sowieso. Ich hab Shitkrötenfleisch. Lecker. Lecker. Es ist immer lecker. Lecker. Du wartest wieder, bis du es mopsen kannst, oder? Mist. Cassie? Ich würde doch niemals irgendwas klauen. Ha! Natürlich nicht. Ich doch nicht. Was das denkst du von mir? Was denkst du von mir? Nein! Nein! Was? Nein! Gib unser Holz wieder! Unser Holz! Tyroxides! Du willst nur klauen! Ja? Eventuell! Was? Was ist los? Brauchst du Hilfe? Ach, guck mal einen. Da ist jemand gestorben. Ich muss was bauen. Der steht ja vor mir, der Affe! Ne, hier, du kannst den Wagen haben. Ich bin weg. Ich bin weg. Meiner. Den hab ich mir jetzt erobert. Was? Den ich mit mir rumschleppe. Cassie, ihr neuen Lover. Ja. Gut so. Vor allem ist es Tag. Ich könnte einfach mal schnell instant hier und so. Ja, legst du auch Feuer da? Ja, nee. Ich will mir die Karte holen und dort in die Höhle. Warum geht die jetzt an? Warum klaut Cassie dir Holz, bitteschön? Was soll sie klauen? Ja, ja. Wo ist eigentlich Cassie ihr Haus? Wof, einس. Alter, juck. Grapes Papa? Nee. Die Dings hier ging an. Die Dings. Alexa? Genau. Meine leuchtet auch gerade. kassi steht einfach nur da und ist tot ich habe ich habe dreimal zugeschlagen aber nicht getrofft fällst du mich verarschen äh tyrox, tyrox, guck mal, guck mal, der explodiert drei äh, okay oh, das ist so schön das ist so kassi danke ach, mich holst du hoch und kassi nicht, oder was? nö ach ja äh, eins, zwei, drei vier, fünf, sechs, sieben acht, neun, ja, ich geh nicht raus ihr macht das schon ja komm, baby, zeig mir deine Brust boah, ernsthaft oh, da ist er weg ist auch schön, wenn er einfach mal ohnmächtig ist ich liebe den Bogen, er ist einfach der beste oh, steppli, steppli Bogen ist einfach immer noch oh, da ist er ja kalten oh, da wird da in der Border triff da ist das was los, kassi Warum bist du auf einmal gestorben? Weil du sie getötet hast Nein, ich habe sie nur berührt Nicht getötet Ja Mit dem Sperrbesitz Ja, sie ist da einfach reingekrochen Nicht getötet Sie ist da einfach reingekrochen Nein, du bist da reingekrochen Ich kann nicht dafür Links ist noch einer um der Ecke Ja, dann töte ihn doch Danke Gibt es? Kann ich hier? Gar nichts, wo ist meine Leiche? Dax Ich dachte, es geht Ah, mit euch macht man was mit Jetzt überlege ich, mache ich hier die Tür rein Oder lasse ich die an der Seite Ich lasse die dort an der Seite Kann jemand noch diesen Dudel draus nehmen? Es sind schon zwei Dudes Ach, helfe Ähm Ja, Cassie denkt dann regelmäßig Musst du auch abspeichern Ja Jetzt gerade habe ich noch nicht viel zu speichern Ne, ich schon Könnte vielleicht jemand diese Nein, meine Leiche ist weg Nein, meine Leiche ist weg Ne, die sind da Lote sie einfach Ey, du vermalte deine Mistkrücke Geh dir einen Lava suchen Ich habe es gerade zu töten gehabt Ich habe da nicht mal eine Waffe gehabt Wer macht das Tor bitte schön zu hier Ich nicht Kappa Ich habe es nur gemacht Ja, wisst ihr Wenn wir alle draußen sind Warum machst du es zu? Wenn jemand in den Rücken kommt Na ist doch egal Wir sind doch eh draußen Ist mir egal Schon wieder Diese Dinger sind so nervig Die mögen Wollen dich halt lieben Wollen mich einfach nur töten Ja, ja Weil sie Leichenschänder sind Wie Cassie Genau Cassie Ey Ja Verträgst du die Wahrheit nicht Was? Was? Nein Scheiße Ich habe die Tür falsch rumgebaut Jetzt mal so eine Frage Wie sieht das hier aus? Was? Ich kann nicht weg Egal Ich kann nicht weg Das probiere jetzt Alter, Alter Was hast du gemacht? Was macht ihr? Oh Mann Das funktioniert Oh Oh Fertig Das ist richtig Das ist halt fertig Überhol Na gut So Äh Was jetzt? Bauen Eigenste Nee 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 Nicht da Äh Band Genau Ding 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 Yes Vogel Hebrews Was ist das? fette Mucke, ey. Ja, ich komm von meinem Haus. Was ist los, Pyrox? Moment. Ich muss die Tür ändern. Ich hol hier extra welche rein, dann kommt Aik und klappt in sie. Aber du kannst gern welche haben. Komm, komm, komm ich da? Komm. Melvin, komm mal mit in mein Haus. Okay. Hallo. Warum guck ich da nicht dran? Guck mal, Tür 1 normal. Aha. Tür 2 nicht normal. Das erinnert mich an irgendwas. Scheiße, ey. Leute. Was denn, Tyrox? Mein Einkaufswagen... Ich... Oh, nein. Warum? Weil ich nicht mehr viel Spaß... Äh... Oh, oh. Viel Spaß beim Einkauf. Warte. Viel Spaß beim Einkauf. Ja, los. Los. Da. Da. Ja, genau. Los. 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 Okay, dann wird das hier hinten wohl Cassie ihr Haus werden. Los. 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 Da fällt man ja auch durch. Nein. Links. Ja, genau. Links. Einfach mal nach rechts. Äh... Hey. Äh... Äh... Geil. Da. Ja. So Cassie, du bleibst mal am besten da stehen. Genau da stehen bleiben. Ja. Der wiste mich in! Ja. Barsch. Schade. Und ja möchte ich ja. Barsch. Barsch. Ah. Barsch. Oh Oh Gott, da ist Dickey drin Oh Gott Oh Gott Wo ist er jetzt her? Ähm, ja Warum steht er vor meine Haustür? Geh doch weg Geh weg Oh Alter Geh weg Wer darf die Bäume hier nicht fällen Schnell zu Tyrex locken So muss das Oh, 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 oh Er rennt Ja, ja Scheiße Ist einfach zu gut Ist zu gut Hilfe, ey Warte, der Der macht Bauchklatscher Lassen Lassen Ich lassen auch Ja, komm raus Komm raus, Dude Er geht rein Scheiße Warum? Weiß ich nicht Bin voll weit weg Ich seh ihn vor meiner Haustür Boah, der Gezi Wie findest du denn eigentlich Abholzung? Dumm, 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 dumm Er fackt jetzt nicht genau so Er fackt jetzt nicht genau so Ich seh die Bäume fallen Oh Gott, ich mach mir gleich in die Hosen Hilfe Ich will das auch sehen Ich will das auch sehen Ich bin ehrenamtlicher Holzweiler, ich zieh das durch Oh, ich mach mir gleich in die Hose, Alter Hilfe Oh Moin Ach, da hinten Hallo Ja, da sind wir Ja, du Na ehrlich Kann ich echt ein sein? Der ist Oh Gott Oh Ich glaub das ma... Oh Scheiße Oh Ich glaub das macht er nicht Warum ist denn die Cassie so still? Genau Cassie, warum ist denn so still? Cassie Ach Au Warum bist du so still? Ich werde konzentriert Oh Gott Oh Gott Fetty ist tot Yes Oh Gott Ich hab mir echt grad fast in die Hose gepisst vor Lachen Vor allem ich höre den so bei uns lang stampfen Dachte ich mir so Ja, guckst du mal just for fun Lockst du mal in die Base rein? Ja Jetzt Ja Ja Das war geil Ich weiß Boah Ich kann einfach Ich kann einfach Ich kann einfach nicht Ich muss nach der Aufnahme erstmal aufs Klo Sonst pinkel ich mir echt in die Hose Das geht einfach nicht So Ach du heilige Scheiße ist das hier Du hast Holz? Jo Dann baut doch mal ein gemeinschaftliches Holzlager Ja Das Jetzt erstmal mein Holz Äh, mein Haus Äh, mein Haus Ich kann nicht was gemeinschaftliches Bauern Als ob ich das machen Äh Äh Vor allem Cassie, hast du das Holz selber geformt Oder hat das Tyrox gemacht? Das hab ich Äh Oh, gut Dann schuldet Cassie dir auf jeden Fall was, no? Warum? Naja Oder schenkst du dir das Holz Naja egal Ich Brauche eh nicht so viel Holz Okay Macht einfach nur Spaß den Wald abzuroden Und mir Mutantenrüstung zu holen Ja gut, da hab ich jetzt auch mal wieder ein Stück von abermals Ich hab jetzt keine Ahnung wieviel ich hatte Hallo Haus Ich möchte dich fertig bauen Das Haus möchte aber nicht Hallo Dauert die geölle Mutter raus Oh Gott Ich Ey, nee Ich muss die Aufnahme erstmal benden Ich muss so übelst aufs Klo jetzt durch den Lachanfall Ich kann das echt nicht fertig machen Nee, du musst an die Ecke gehen wo der gelbe Hammer ist Ich kann rockstar dance until I drop My life is a party My hope is to club My stage is to dance your party